Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich muss jetzt ein Live-Video machen, weil ich bin einfach so, so, so dankbar. Ich glaube, es kam jetzt gerade eben schon wieder 45 Euro rein, zweimal, das muss ich jetzt mal hier gucken, um da nichts Falsches zu erzählen, aber ja. Also gerade eben war es noch vor 600 Euro und jetzt sind wir auf 643 Euro und gerade eben schrieb ich eben ja noch, naja, ich gehe jetzt einfach mal die Kamera kaufen, weil 553 Euro sind ja bereits da und jetzt sind es plötzlich 600, noch was, 600 wie viel, 43, wow, wow, also fast schon wieder 100 Euro mehr. Und ja, ganz kurz und knapp, ich war gerade beim Mediamarkt und habe eine Kamera gekauft, tatsächlich direkt, weil ich mir dachte, hey, wir haben den ersten großen Schritt gemeinsam getan, nämlich aus nichts etwas erschaffen oder wir erschaffen das gerade, nämlich ein kollektiver Film über alles, was passiert gerade, nämlich Wunder. Dieser ganze Film, dieses ganze Projekt ist ein Wunder. Es ist einfach ein Wunder. Und ich wollte es einfach mal als Beweis euch hier zeigen, mit einer kleinen Geschichte auch noch dazu. 602 Euro und 97 Cent. Ich meinte ja, ich lege den Rest drauf und plötzlich muss ich den Rest gar nicht mehr drauflegen, weil es schon drin ist. Unglaublich, ich freue mich so sehr. Wow. Ja, und hier ist das schöne Teil. Das werde ich jetzt auch auspacken und dazu ein bisschen reden. Und zwar habe ich mir der liebe Andreas empfohlen, diese Kamera zu besorgen, zu kaufen, weil sie einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist. Und ich habe mir auch ein bisschen Infos dazu angeschaut und ich kenne mich ja mit Kameras auch ein bisschen aus. Und es ist einfach super, 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 super geil. Und ich freue mich so sehr darauf, jetzt mit dieser Kamera, die ich jetzt hier live für euch auspacke, mit all meiner Leidenschaft. Ich freue mich sehr, dass ich damit jetzt dann arbeiten darf und diesen Film zum Leben erwecke. Beziehungsweise werden es wahrscheinlich ganz viele kleine Filmchen, die am Schluss dann einen ganzen Film ergeben. So eine Miniserie eben. Open Source, frei, zugänglich für jeden. Echt und hautnah. Inner View sozusagen. Direkt von hier zu eurem hier. Ihr merkt schon, ich bin sehr euphorisch. Ist ja auch logisch. Ja, jetzt schauen wir da mal rein. Das Schöne ist, ich war beim Mediamarkt und ich bin eigentlich überhaupt kein Mensch, der oft in solchen Märkten ist. Ich bin auch nicht oft im Supermarkt oder sonst irgendwo. Also ich bin der totale, ich bin wahrscheinlich der langweiligste Konsument, den es so gibt. Ich bekomme vieles geschenkt oder bevor jemand es wegschmeißt, nehme ich es, ich siehe es einfach an. Ist auf Schuhe jetzt vielleicht. Aber da gibt es ja auch Barfußmöglichkeiten. Aber immer war ich im Mediamarkt mit meiner Schwester zusammen. Sie wollte mit. Und die Verkäuferin war einfach unglaublich lieb. Die war unglaublich lieb. Sie hat mir erst einmal auf die Kamera 50 Euro Rabatt gegeben. Und auf dieses Sicherheitsding, weil ich habe das ja alles im Backpack dabei. Und ich wollte nicht unbedingt, dass das jetzt dann irgendwie Schaden nimmt. Das ist hier wasserdicht und alles. Da hat sie mir auch nochmal Rabatt gegeben. Also da auch nochmal vielen Dank an Mediamarkt. Hätte niemals gesagt, dass ich sie irgendwie sowas mal ausspreche. An so einem großen Konzern. Aber ich danke dafür, dass es da auch Menschlichkeit gibt und da sowas unterstützt wird. Ja und haben uns gut unterhalten und sie freut sich auf dieses Projekt und hat eben Rabatt gegeben. So dass das Ganze auch nochmal irgendwie 70 Euro knapp günstiger war. Das ist das schöne Teil. Wow. Wunderschön. Ich freue mich. Ich werde damit dann mal rumspielen und erst das Video dann hochladen und machen. Ja. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich sehr, sehr berührt von dieser Gemeinschaftlichkeit, von dieser Menschlichkeit, von diesem Zusammenhalt, von dieser unglaublichen und dieser unglaublichen Dynamik, die wir hier zusammen erschaffen. Und was daraus jetzt dann alles wird. Also ich bin jetzt dann demnächst, ich bin gerade in Nürnberg, ich bin jetzt dann unterwegs nach München bald auf das Cosmic Cine Festival. Werde ich mir auch noch ein bisschen Inspiration holen und den einen oder anderen treffen und dann nach Leipzig, da werde ich auch wieder wundervolle Menschen treffen, eben voller Wunder und die dann bestimmt auch Lust haben, sich vor diese tolle Kamera zu stellen und da reinzusprechen. Ein Mikrofon ist zwar noch nicht da, aber das langt auch erstmal und wenn das Geld da ist, kaufe ich auch noch das passende Mikrofon dazu. Ja, einfach toll. Da muss ich ja noch dazu sagen, ich bin ja seit einem Jahr als Nomade unterwegs ohne finanziellen Rücklagen und Job oder sonst irgendwas. Und das heißt, ich hatte das Geld, ich hatte keinen einzigen Cent dafür. Das kommt alles von euch. Das ist alles dein Verdienst. Du, der mir einfach vertraut hat, obwohl du mich vielleicht nicht mehr kennst. Und das berührt mich sehr, dass mir fast die Tränen kommen. Das ist einfach, wow. Ja, deswegen dieses kleine Video. Einfach Freude teilen und fühlst einfach. Allein das ist ein Wunder. Es ist einfach ein Wunder. Genau. Mehr gibt es jetzt gerade auch nicht zu erzählen. Ich werde das jetzt mal auspacken, durchchecken und was filmen und hochladen. Und bis bald. Yes. Yeah. Ja. Vielen Dank.